9 season bei mir auf dem kanal und heute zeigen wir euch was alles neues ihr seht hier erst einmal ist hier hier im bild pass wir spielen jetzt ein bisschen arena machen paar punkte wir landen mit sie wie ihr seht ihr die map hat sich etwas sehr verändert und in verlaufe des videos zeige ich euch alle verschiedenen orte und ja dann würde ich mal sagen jetzt gehen erst mal nach mist ihr seht ihr schon kampfjets fliegen hier oben und wir gehen jetzt hin zum neuen plästens ich hoffe dass ich hier nicht so laufen wenn dann tut es mir leid ich habe mein mikrofon noch nicht richtig angestellt ja hier sind wir ein schloss alles mögliche sie die hier wir laufen überall bots rum dann gehen wir schloss da wollte ich noch nie ohne hier ist die map wurde veränderte gibt es auch die schade schon gar ohne lmg wie ich sagen ich bin mir leid ich habe einen fünfziger fünfzehn abhängen Ja ok, Jäger, erstbesch... Wo bist du denn so Arkin? Soll ich nicht mal, dass es weitergeht... Soll ich nicht mal, dass es weitergeht... ...und das ist nicht das ganz faszinierend. also leistet er ist ja gar gar nicht so das ist hier wir sind hier im ding soll wenn ich jetzt nicht so viel geredet habe muss mich ein bisschen konzentrieren mal schauen wir uns jetzt wie das heute hoch laut leistet mal brauchst du hübschel Ab viel. Let's go, 20 Punkte. zur leistung ok gesehen er kam schon findet es auch drin dann schauen wir uns jetzt mal den bellpass anwesenden sind wir auch schon beim pass angekommen wir haben hier zuerst den tor dann die kostenlosen runterfall modin das schaut mir irgendwie aus dass wir morgen nehmen wenn man den anschaut hat mein krasser dass ich das sind hier diesen spray auch ganz neid dann hier kostenlose wie bugs die ersten hier tors umhang passt zu auch ganz gut dann hier kostenloser der mcg fallschirm auch ganz nett aus hier tors hammer als banner tors hammer zum freischalten dann hier wolverine sein spray nadebildschirm rucksack von wolverine dann hast du hier eine lackierung tapete halt hier nochmal so ein hängekleider aber mit was oben dann hast du hier wolverine so ein sticker von wolverine banner wolverine mit diesen mode hier zum freischalten oder ja dann hast du diesen skin hier den da ich habe keine money mehr jetzt hier dann diesen banner hier an diesen stern glanz das hier wieder so ein ding wieder wie bugs ein kostenlosen hochschmeißen mode einen tanz tors hammer irgendwie dann das hier dann die tapete da der spray von halkine kostenlose musik aha bbox wie warst du so eine war es von mir dann hier das idee ladebildschirm mal wieder einen hängegleiter diese tosse dann sehen wir hier diesen rucksack den banner hier die hammer der gerechtigkeit ah ja das ist unser zweifacher kommen sie wie bugs hier radebildschirm kostenlosen im augen dann hier dann hier halkine dann hier halkine dann hier unterfall den mord wie mags rucksack dann hier ein spray und mal wieder eine musik die macht dann hier ein banner und wie eine spitzhacke ist das wieder so eine zweifache ja dann haben wir hier den grot wenn man aussprechen möchte hier mal wieder ein hängegleiter von grot eine blume das ding hochschmeißen mode wieder 100 wibach ein hängegleiter ein spray banner banner aussage ich sag aber naja ihr wisst schon da ne hier kampf kumpel 100 wibachs diese tapete aufkampf nein ist kostenlos hier das hier ist mord nächsten banner den blitz dann die wibachs dann sturm 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 keine ahnung dazu ein hängegleiter blitzhand stromsflug entschuldigung für mein hitze zusammenraun der sturm kostenlosen spray wibachs wibachs was zum freischalten macht des sturms dann gibt es hier den sieg den nächsten sticker den nächsten banner banner hammer ho 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 und sturm weiter wieder wieder eine tapete und dr dom und das ist vor hängegleiter weitere wie bürgs äh ja das da oder das ist mal wieder so ein Dadebildschirm roter holy mode. dann hier wieder was zu freischalten und in dem mode. da hänger hier alter. die tusse als hochschmeißen mode. und banner kostenlos. 100 vbucks. dieses mädchen. hier ein spray. hat sich hier eine pickaxe. zweifache. dann hier ein runterfallemode. schaut auch so aus als wäre, keine ahnung. nächste tapete. die ist cool. weiter zum freischalten. einfach nur geil. hier ein banner. äh, ding halt. weiter. noch vbucks. iron man als banner. iron man tapete. 100 vbucks. das soll tony stark. iron man hängegleiter. iron man spray. und das hier den ding. iron man sticker. ja, unterfall. ne, hängegleiter. kostenlose vivax. und weiter natürlich zum iron man. ist level 100. und jetzt hier. das dann noch. so, leute, ich sag euch nur eins. es lohnt sich echt, die kostenlosen dinge abzuholen. tut das so. ihr bekommt alleine auch hier so viele vbucks und alles. was nur geht. also. leute. das war es mit dem video. falls ihr noch fragen habt, stellt sie mir gerne. ich hoffe, dass es gefallen. falls ihr noch so gerne like und ein abo da. wir sehen uns morgen wieder. haut rein, leute. riesig lieber rein, leute. leute, leute. schach, schach.